Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Falling Down von Joel Schumacher. 1993 kam dieser Film in die Kinos, er sorgte für Furore und er hat nichts an seiner Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil, wir erleben ja gerade in der westlichen Welt, in Europa, aber auch in den USA, einen erschreckenden Rechtsruck. Ich meine jetzt nicht einen Zuwachs an Rechtsextremisten, sondern mir geht es vielmehr um den Normalbürger, der plötzlich den schwächsten Flüchtlinge und so weiter als Bedrohung ansieht und gegen sie marschiert. Wer die Struktur hinter dem verstehen will, wer das Phänomen verstehen will, sollte sich dringend Falling Down ansehen. Michael Douglas spielt Foster, eine Figur, die man sich in beinahe jeder dieser rechten Strömungen vorstellen könnte. Das Spannende an Falling Down ist, dass wir uns ganz auf die Perspektive des amoklaufenden Mannes einlassen müssen. Der Schauplatz ist Los Angeles. Es geht um einen Mann aus dem Mittelstand, der seine Arbeit verloren hat und der zum Akt übergeht, der ausrastet. Zu Beginn sehen wir Michael Douglas in Nahaufnahme. Ein dünner Schweißfilm ist auf seinem Gesicht, er atmet schwer, er steht im Stau. Es geht weder vor noch zurück. Ein Sinnbild ist das für eine festgefahrene Gesellschaft, in der der Einzelne eingesperrt ist. Foster blickt auf Warnhinweise, Verkehrsschilder, religiöse Aufkleber. Er sieht hysterische Menschen, schreiende Kinder. Den ganz normalen Wahnsinn einer Gesellschaft, die keine Gemeinschaft mehr ist. Auf seinem Autonummernschild steht die Fans. Und er steigt einfach aus und geht. Und er sagt, er will nach Hause. Jedoch ist das problematisch. Er darf nämlich, das ist gerichtlich so angeordnet, überhaupt nicht nach Hause. Er war gewalttätig gegenüber seiner Frau und seiner Tochter. Und so bahnt er sich aber seinen Weg durch prekäre, teils sehr zwielichtige Viertel der Stadt. Er wandelt sozusagen auf der dunklen Seite des amerikanischen Traums. Falling Down ist ein politisches, aber auch ein filmisches Lehrstück. Und das Besondere ist, dass er eine hohe Subtilität hat, eine Vielschichtigkeit und zugleich eine ungeheure Klarheit. Das kann man mit großer Spannung verfolgen. Das Ganze hat die Charakteristik eines Stationendramas. Von Station zu Station verfolgen wir, wie sich der Anti-Held-Forster durch eben diese Viertel kämpft. Die erste Station ist ein Kiosk, in dem er Geld wechseln möchte, weil er telefonieren will. Doch der koreanische Inhaber verlangt von ihm, dass er erst was kaufen muss. Dann bekommt er ja Kleingeld. Er würde ihm nicht einfach so etwas wechseln. Er ist der reine Geschäftsmann dieser Inhaber. Er hat die kapitalistische Ideologie vollkommen internalisiert. Es gibt hier nichts gratis, du musst schon etwas kaufen. Dann entspinnt sich schnell ein rassistischer Dialog. Es kommt zum Kampf. Als erstes fallen ein paar USA-Fähnchen vom Tisch. Und dann geht es um eine überteuerte Cola-Dose. Und Forster sagt, ich stehe für meine Rechte als Konsument auf. Dieser Satz markiert die ganze Ausweglosigkeit. Forster ist keineswegs ein Abtrünniger, sondern er glaubt fest an einen guten, gerechten Kapitalismus. Fatal aber ist, dass er zwar erkennt, dass hier einiges falsch läuft, er aber nicht in der Lage ist, eine Systemkritik zu artikulieren. Stattdessen kommt er zu dem Trugschluss, der Kioskbetreiber ist schuld an allem Übel. Von da an betrachtet er die Welt mit einem fremdenfeindlichen Blick. Wobei, man muss auch da ganz genau sein, gerade die sozial Schwachen, die werden fremdenfeindlich von ihm besetzt. Nicht alle. Und genau in diesem Zwiespalt bewegt sich dieser ganze Film. Und das macht den Film so irritierend und so herausragend, dass wir den Blick als Zuschauer immer wieder übernehmen müssen. Und granios ist auch, dass wir es hier nicht mit einem absoluten Rassisten zu tun haben, sondern der Film zeigt uns auch nicht nur Opfer mit Migrationshintergrund, sondern durchaus schwer kriminelle Täter. Das Ganze wird dadurch ungeheuer komplex. So trifft er weiter zwei Südamerikaner, als er sich auf einem mit Graffiti besprühten Betonklotz befindet. Und auch sie sind ganz kapitalistisch in ihrer Argumentation. Sie sagen, das ist ein Privatgrundstück, Betreten verboten, sie haben hier nichts verloren, also verschwinden sie. Sie wollen ihn dann ausrauben, nachdem er sie fremdenfeindlich beleidigt hat und die Situation eskaliert. Es gibt dann eine Bewaffnung und ein schreckliches Massaker. Foster hat sich also nicht geirrt. Sie waren wirklich schwer kriminell. Doch Foster nimmt die Waffen an sich. Nun geht er tatsächlich zum bewaffneten Kampf über. Es gibt auch eine Gegenfigur in diesem Film. Wobei man fragen muss, ob es wirklich eine Gegenfigur ist oder ob es nicht eher eine Spiegelfigur ist. Das ist ein Cop, der seinen letzten Arbeitstag hatte und nun natürlich in dieses Verbrechen mit hineingezogen wird. Er ist ein anständiger Mann, der in Frührente gehen will, weil er sich um seine depressive Frau kümmern möchte. Sie beide leiden darunter, dass sie ihre Tochter verloren haben. Und an einer Stelle sagt auch eine Zeugin aus, Foster sieht genauso aus wie der Cop. Auch dieser Cop ist völlig desillusioniert. Er muss die respektlose Attitüde seines Vorgesetzten auch am letzten Tag über sich ergehen lassen. Auch er merkt sehr schnell, dass er als Mensch in diesem System überhaupt keine Rolle spielt. Diese Spiegelfigur ist deshalb bemerkenswert, weil sie wie Foster sein könnte. Sie hat all das Potenzial, aber es bricht in dieser Figur nicht aus. Also er wird eben nicht zum Terroristen. Dann switcht der Film wieder um. Wir sehen eine Szene im Fastfood-Restaurant. Es gibt seit drei Minuten kein Frühstück mehr, aber Foster verlangt, dass er als Konsument das Recht habe, nun Frühstück zu haben. Und auch da eskaliert die Situation, er greift zur Waffe. Und als er dann tatsächlich Essen bekommt, dann merkt er, dass dieses Essen eben nicht so aussieht, wie es auf dem Werbebild versprochen wird. Das ist eine Szene, die sich bei Terry Gilliams Brasil nochmal wiederholen wird. Foster ist auch hier der gute Konsument oder er sieht sich so. Er sagt, der Kunde ist immer im Recht und er will auch für das bezahlen, was er erhält. Aber wir sehen auch hier wieder, dass es keinen Ausweg aus seiner Ideologie gibt. Er ist nicht in der Lage, einen anderen Abstraktionsgrad in seiner Argumentation zu erreichen. Nach dem Erlebnis im Fastfood-Restaurant aber geschieht dann etwas ganz Überraschendes. Ein einsamer, schwarzer Demonstrant demonstriert vor einem Kreditinstitut. Er hat ein Schild in der Hand, darauf steht, not economical viable. Auch er trägt ein weißes Hemd mit Krawatte. Vergiss mich nicht, wird dieser Demonstrant noch Foster zurufen, wenn er von der Polizei abgeführt wird. Beide merken, dass etwas nicht stimmt. Der eine demonstriert und der andere greift zur Gewalt. Als er im Anschluss einen Neonazi trifft, ist es ganz großartig, weil hier nochmal etwas deutlich wird. Dieser Neonazi will sich sofort mit Foster verbünden. Er sagt, wir sind gleich, du und ich. Aber Foster entgegnet ihm, wir sind nicht gleich. Ich bin ein Amerikaner und du bist ein Arschloch. Und genau hier sollten wir auch aufpassen, wenn wir die Bürger, die sich rechten Strömungen anschließen, gleich als Nazis disqualifizieren. Dann begehen wir auch eine ungeheure Komplexitätsreduktion. Es ist alles sehr viel komplexer und damit nicht minder gefährlicher. Und anschließend ereignet sich noch eine herrlich groteske Szene auf einem Golfplatz. Zwei lächerlich gekleidete Golfer spielen dort und als Foster auftritt sagen sie gleich, betreten verboten. Das ist ein Rasen, das ist Privatgrundstück und so weiter. Und auch hier ist Foster eigentlich ganz hellsichtig in seinem Unbehagen. Er sagte, das müsste eigentlich ein öffentlicher Platz sein. Sein Unbehagen ist richtig, aber die Schlussfolgerung ist falsch. Foster ist eine ideologisch verblendete Figur. Seine Empörung ist richtig. Er empört sich darüber, dass sich die Reichen hinter Stacheldrahtzäunen verschanzen. Er empört sich darüber, dass ein Schönheitschirurg mehr verdient als ein guter Arbeiter. Er hat erkannt, dass der Kapitalismus den Menschen die Würde nimmt, wenn die Menschen kein Geld mehr haben. Doch er ist nicht in der Lage, eine Alternative zu denken. Er kann nur rekredieren und sinnlose Gewalt walten lassen. Dem Mittelständler ist es ohnehin zu eigen, dass er aus Abschiedsangst lieber nach unten tritt, anstatt sich mit denen da oben anzulegen oder vielleicht sogar die Systemfrage zu stellen. An der Figur Foster lässt sich zeigen, was passiert, wenn man nicht in der Lage ist, Ideologiekritik zu üben. Noch am Ende fragt er, bin ich der Bad Guy? Wie kann das passieren? Ich habe alles gemacht, was man mir gesagt hatte. Ich habe Raketen gebaut, um Amerika vor den Kommunisten zu beschützen. Es ist sowohl ein Manko des Films als auch ein Vorzug, dass er gegen Ende sich ganz auf das Familiendrama konzentriert. Ein Manko, weil das Politische so ein wenig aus dem Blickfeld gerät, aber ein Vorzug, weil wir als ideologiekritische Zuschauer erkennen, dass die Dramaturgie des Films in dieselbe Falle tappt wie Foster. Völlig hilflos wird die Familie als das Einzige wertvolle und so weiter propagiert, aber diese Familien sind schon so zerrüttet, auch vom System so zerrüttet, dass wir das nicht mehr recht glauben wollen. Wir befinden uns hier nicht im Reich der Manalität, nur, nein, wir befinden uns an einem ideologischen Kern. Die, die sich heute den Rechten anschließen, aber auch die, die ständig dagegen Loblieder auf die Alternativlosigkeit unseres Systems anstimmen, sind alle wie Foster und der Film. Eine Alternative ist für beide nicht denkbar. Mit Max Horkheimer sollten wir ihnen entgegenhalten. Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. Falling Down führt uns eindringlich vor, was geschieht, wenn jemand nur noch schaut und nicht mehr sehen kann. Falling Down führt uns eindringlich vor, was geschieht, wenn jemand nur noch schaut,